Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Vincenzo Di Carlo von Di Carlo Parkett und Fußbodentechnik aus Urbach. Ich bedanke mich recht herzlich zu den Glückwünschen vom Zeitungsverlag Weiblingen zu meinem 50-jährigen Geburtstag. Halt, ne, da war doch was. Die sind 50 geworden. Dann wünsche ich alles Gute. Glückwunsch zu 50 Jahren Zeitungsverlag Weiblingen.